Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die erste Folge von meiner kleinen Gold Cap Challenge vorstellen, und zwar von 0 auf Gold Cap. Und da fragt sich ihr der ein oder andere, warum komme ich genau jetzt drauf, will ich euch kurz erklären zu Beginn, bevor wir anfangen. Das Ganze soll übrigens wöchentlich kommen, wahrscheinlich mache ich es immer am Samstag und lade es am Montag hoch, aber da muss ich mal noch gucken, wie wir es genau machen. Ich habe mir in letzter Zeit ein paar teure Mounts gekauft und bin jetzt zwangsläufig pleite und deswegen dachte ich, das ist doch der perfekte Anlass, wenn man eh pleite ist, zu versuchen, dann auf Gold Cap möglichst schnell zu kommen. Und zwar habe ich mir zwei Mounts gekauft, einmal den Zulianischen Tiger, auf dem ich gerade sitze, und dann noch einmal den Ratsashi Raptor. Tiger hat mich 10 Millionen gekostet und der Ratsashi Raptor waren 2,3, 2,4, irgendwie sowas um den Dreh rum. Heißt, ja, ich war nach dem Tiger eigentlich schon pleite, dann habe ich hier so einen netten Typ gehabt im Discord, der mir Gold geliehen hat und dem ich das jetzt schnellstmöglich zurückzahlen wollte. Und ich habe jetzt quasi gestern mit der ganzen Geschichte angefangen, habe gestern ihm schon mal 2 Millionen zurückgezahlt, habe dementsprechend hier meine Chars geplündert. Also ihr seht, ich habe hier, meine, ich habe relativ viele Chars, um genau zu sein, sind es 85 Chars, die ich habe auf 2 WWW-Accounts. Und jetzt habe ich die alle ausgeplündert, jetzt haben die halt alle so gut wie kein Gold mehr. Dann konnte ich dem gestern halt schon mal 2 Millionen Gold zurückzahlen und waren jetzt noch so 300.000 ausgestanden. Und dann habe ich gestern angefangen, quasi wirklich, ich glaube, ich hatte noch 350 Gold hier auf Antonilos übrig und habe gestern angefangen, Gold zu machen. Und in dieser kleinen Videoserie soll es jetzt nicht unbedingt hauptsächlich darum gehen, dass ich jetzt irgendwie das in Guideform mache, sondern es soll darum gehen, ich versuche verschiedene Sachen, werde die dann immer auch ein bisschen zeigen. Ich mache auch immer meinen Postkasten auf, das werden wir jetzt dann halt auch gleich zusammen machen. Und dann erzähle ich, was gut Gold gebracht hat, was hat weniger gut Gold gebracht, was sind Farms, die vielleicht sich lohnen, was sind Geschichten, die sich nicht lohnen. Und heute wird wahrscheinlich ein bisschen länger das Video, was das erste ist und ich euch da schon mal ein paar Sachen zeigen möchte, aber die anderen Dinger wird es dann wahrscheinlich mal ein bisschen kürzer. Man muss sich mal gucken, wie ich es genau mache, ne? Ist jetzt noch nicht so hundertprozentig klar. Also wie gesagt, gestern war ich bei ziemlich genau 0 Gold und hatte noch 300.000 Gold Schulden, ja? Heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus und zwar, seht ihr, ich bin jetzt schon bei 272.000 Gold und die 300.000 habe ich auch schon zurückgezahlt. Was habe ich bis jetzt gemacht? Und zwar, gestern habe ich damit angefangen, nachdem ich wirklich auf 0 war, habe ich ein bisschen Gelee gefarmt, also sprich das Gelee, was man nur als Allianzler hier im Sturmsangental farmen kann, um quasi sich dieses Bienenmount zu kaufen. Das mag der eine oder andere kennen, da habe ich auch schon ein Guide-Video dazu gemacht, wie man das Bienenmount holt, beziehungsweise das Gelee farmen kann, da einfach reingucken, wenn ich euch das jetzt nicht sage. Ich habe dann ein bisschen Gelee verkauft und ja, habe dann irgendwie 30.000 Gold gestern gehabt. Mit den 30.000 Gold habe ich dann angefangen, Items herzustellen und zwar habe ich dann sowohl Leder-Items hergestellt, und zwar diese drei 70er-Leder-Items, hier, diese hier, als auch die schwere Rüstung und dementsprechend habe ich dann auch Schmied noch hochgeballert. Die Matts sind so günstig im Moment. Ich habe mit 30.000 Gold habe ich Schmied von 150 auf 175 hochgeballert und noch jede Menge von diesen Items mir gebaut und auch von den Waffen. Und tatsächlich, ich kann euch das mal zeigen, ich habe Trade School Master, das ist ein Add-on, das zeigt mir hier die Gewinnspanne an. Zum Beispiel, diese beiden Platten, um die herstellen zu können, brauche ich lediglich, hier unten seht ihr das, Herstellungskosten sind 1.000 Gold und der Gewinn dann sind 3.900 Gold, also sprich, es verkauft sich durchschnittlich für 4.900 Gold. Heißt, diese ganzen Items haben eine relativ hohe Gewinnspanne, weil die Erze absolut nichts mehr wert sind. Hier auf Antonidas ist so ein Osmanid-Erz, ist 14 Gold noch wert, das Sturmsilber-Erz ist 13 Gold wert. Um so ein Ding herzustellen, das kostet kaum noch was. Deswegen kann man mit dem Zeug relativ viel machen. Es ist nur 3.70er-Gier und ich persönlich denke mir, wer kauft sich jetzt noch 3.70er-Gier? Aber Leute, glaubt mir, das Zeug geht tatsächlich weg und ich kann es euch zeigen. Ich habe jetzt einen Tag das nur im Auktionshaus gehabt und ich habe etliche Sachen verkauft und ihr müsst euch diese 30.000 Gold überlegen, wo ich den Beruf fertig geskillt habe und wirklich viele Items gebaut habe. Ich kann euch das zeigen. Ich habe nämlich auch nochmal einige im Aha. Das andere Gold, was ich gemacht habe, werden wir gleich drauf eingehen. Ihr seht, es sind noch andere Items drin, die ich jetzt heute gefahren habe. Aber ihr seht, es sind einige Epic-Items hier drin, die ich mir gebaut habe. Das sind bestimmt 50 Items, die ich mir bauen konnte, die etwa einen Wert von 5.000 bis 600.000 Gold haben. Ob sie verkauft werden, ist die andere Sache, aber die ich mir für 30k hergestellt habe. Ihr seht, die Werte sind relativ hoch hier, wenn man denn was verkauft bekommt. Das ist natürlich immer die Prämisse hinter dem Ganzen. Genau, das ist das, was ich als erstes gemacht habe. Dann habe ich heute, oder gestern habe ich dann auch noch angefangen zu angeln. Habe so etwa eine Stunde geangelt. Und zwar habe ich so Fische geangelt. Das kann ich euch jetzt auch gleich mal zeigen. Wo haben wir sie denn? Festmahl, ich brauche das ganz große Festmahl, bin hier zum... Ah, ich bin hier, warte mal, ich bin falsch. Hier. Es gibt die Vipan-Fische. Und diese Vipan-Fische, die sind je nachdem so um die 50 Gold wert. Ich habe da eine Stunde etwa geangelt. Und habe etwa Vipan-Fische, und da gibt es noch so andere Fische innerhalb, die etwa 10.000 Gold wert waren. Die kann man in Nassjatar angeln. Die gibt es, gibt es Poole, wo man nur diese Fische rauskriegt. Und dann gibt es quasi, ja, dann gibt es quasi die auch überall. Es gibt quasi die Vipan-Fische, das sind die guten Fische. Und dann gibt es noch so andere Fische. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, so komische Quallen. Die sind aber nicht viel wert. Die sind 5, 6 Gold wert. Ja, heißt, die Qualle ist Crab. Die Vipan-Fische sind die Fische, die was wert sind. Erst habe ich die Fische geangelt. Hab gesehen, ich habe etwa einen Stundenlohn von 10.000 Gold. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe jetzt nicht immer in den Poolen geangelt. Ich habe nebenbei was angeguckt und vielleicht auch nicht jeden Fisch erwischt. Ja, jetzt mag mich der eine oder andere Steinigen, der sagt, der macht viel mehr Gold mit dem Zeug. Aber ich habe etwa 10.000 gemacht. Lass es sein, wenn man das gut macht, dass man vielleicht 20 kamert. Aber das war mir ehrlich gesagt für einen Stundenlohn ein bisschen zu wenig. Deswegen habe ich das wieder eingestellt. Also das Erste, was ich euch schon mal abraten kann, diese Vipan-Fische zu angeln, kann man machen. Ist relativ sicheres Gold. Aber jetzt nicht übereffizient. Aber ich habe gesehen, dass dieses Festma sich relativ gut verkauft. Und zwar habe ich da heute schon 10 verkauft von diesem Lass 1. 3.500 Gold wert. Man muss 15 Vipan-Fische dafür haben. Und wir können das mal zusammen durchrechnen. 15 Vipan-Fische, durchschnittlich sind die für 50 Gold im AH. Dann sind wir bei 750 Gold. Diese ionisierten Eritzen, die kannst du in Mechagon, dann hast du so einen Staubsauger, fliegst übers Wasser und hast dann innerhalb von ein paar Sekunden ein paar Hundert. Also die sind free. Da brauchen wir gar nicht rechnen. Die sind echt free, die Dinger. Dieses zähe Zeug, ja, ihr seht, Minimumverkaufspreis sind 22 Silber. Und diese Keule sind hier irgendwie 3 Gold, teilweise unter 1 Gold kriegst. Also das Zeug kostet auch so gut wie gar nichts. Die Kartoffeln kann man beim Händler kaufen. Also die kann ich hier bei meinem Aktionshaus Mount kaufen zum Beispiel oder auch bei jedem Ding. Kosten 10, 2 Gold. Das fällt auch nicht ins Gewicht. Lass die Sachen hier alle zusammen 50 Gold kosten, dann sind wir aber schon gut dabei. Heißt, wir sind vielleicht bei 800 Gold und das Zeug ist ihr aber 3.500 wert. Jetzt hat man noch die Kiste und die ist seiengebunden. Das ist diese Parts-Kiste, die du aus Mechagon kriegst. Da brauchst du 250 Ersatzteile. Jetzt muss man sich halt überlegen, man hat aus den restlichen Mats, wie gesagt, das kriegst du innerhalb von ein paar Sekunden nachgeschmissen, das Zeug. Hast vielleicht 800, 900 Gold, das verkauft sich aber für über 3.000. Heißt, du hast da eine relativ hohe Differenz. Jetzt musst du überlegen, wie viel ist dir so eine Kiste wert, wenn man die farmt. Und da habe ich ein bisschen geguckt, dass sich das auf jeden Fall lohnen könnte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man von den Kisten in einer Stunde farmt, aber über 10.000 Parts kann man die Stunde farmen, wenn es gut läuft. Heißt, man kriegt schon einige Kisten die Stunde und dann kann man diese Festmailer herstellen. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die sich auf jeden Fall lohnen würde, vor allem auf Servern, wo viele Raidgillen sind, weil das ist das absolut beste Festmahlen und das Stellen hat auch viele Raids bei sich im Raid auf. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich eine gute Sache. Also die Fische selber zu angeln, nicht so geil. Die Fische immer hart zu kaufen, wenn sie günstig sind, wie gesagt, 50 Gold bei hier im Server. Das kann sich rentieren. Das ist eine Sache, die ich empfehlen kann. Fische angeln, könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr nebenbei einen Film anguckt, aber wenn ihr da jetzt aktiv was farmen wollt, ist das nicht das Geiste. Kann ich abraten. Genau, das ist so das Erste, was ich dann gemacht habe. Und klar, die Berufe, das hatte ich ja schon gezeigt mit den 3.70er Items. Genau, das ist soweit der Stand. Dann bin ich noch ein bisschen mit einem Kräuterkundelbergbau rumgeflogen und habe den Beruf erstmal hochgebastelt, auch in Nasjata-Erze gefarmt. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht die vollen Ränge, also noch nicht, dass ich mehr abbaue mit dem Zeug, aber ehrlich gesagt, die Erze und Kräuter sind so down, dass ich, wenn es gut läuft, vielleicht in einer Stunde in Nasjata-Erze Kräuter abbau und vielleicht auch 10k Gold mache. Und das war mir ehrlich gesagt auch zu wenig. Deswegen habe ich es eingestellt. Trotzdem aber die Items hier zu dem Char geschickt und ein bisschen was verkauft. Und jetzt gucken wir mal in den Postkasten rein, beziehungsweise, nee, bevor wir das machen, kann ich euch erzählen, was ich heute noch gemacht habe. Und zwar, heute bin ich mal für meine Verhältnisse relativ früh aufgestanden am Samstag und zwar war schon mal am Vormittag unterwegs und habe erstmal angefangen, weil jetzt das Halloween-Event ist, hier Süßes oder Saures, quasi diese Mats zu farmen. Und das macht ihr, indem ihr hier vor SW oder ich glaube aus Hortla vor Ogrimmar die Dailies macht. Ich denke mir, da brauche ich nichts zu sagen. Dailies machen, das steht im Quest-Text. Und ihr könnt rumfliegen und in jedem Gasthaus so dieses Candy-Bucket-Ding abholen. Das Add-On, was ich hier übrigens habe, heißt auch Candy-Buckets. Das zeigt immer bei den ganzen Events die Standorte von den Sachen an. Und wenn ihr sie abgegrast habt, mit dem Char sind sie weg. Also ihr seht hier, im östlichen Königreichen war ich schon unterwegs. Nasshetta habe ich geskippt. Und ja, ich habe etwas über eine Stunde war ich hier unterwegs für die 150. Ich kann es euch nicht genau sagen, ich habe es nicht mitgestoppt, aber ich war etwas über eine Stunde unterwegs dafür. Man kriegt nämlich immer zwischen einem und drei, ich glaube, habe ich mal vier gekriegt? Ich bin mir sicher, aber so im Schnitt kriegt man zwei aus einem Ding raus, zwei bis drei, aus einem von den Kübeln. Und damit kann man sich wiederum diese Pets kaufen für 150. Und die sind halt unterschiedlich was wert. Hier auf Antonidas kriegst du zwischen 20 und maximal 50k, wahrscheinlich aber eher zwischen 20 und 30, 35k für ein Pad. Und ja, kann sich lohnen, eventuell verkauft man auch was. Ich kaufe mir jetzt einfach mal das Naxi-Pad. Da sagt er mir, ist 30k etwa wert. Und da gucken wir mal, dass wir das jetzt in Sahar hauen. Wenn ihr jetzt überlegt, 30k für etwa eine Stunde, weil wahrscheinlich ein bisschen drüber ist das schon ganz okay. Okay, hier ist jetzt eins für 50k drin. Wobei, wenn man das lernt und dann als Pad wieder reinpackt, wird es anders gewertet. Jetzt seht ihr nämlich hier, sind nämlich mehrere drin. Das sind nämlich jetzt schon fertige Battle-Pads. Also man kann quasi das Item verkaufen oder das Battle-Pad. Bleibt sich gleich. Das Item ist anscheinend höher. Vielleicht ist irgendwer dumm und kauft das Item für 50k, wo das Battle-Pad für deutlich drunter drin ist. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir Goldmacher leben ja davon, dass Leute dumme Entscheidungen treffen. Genau. Das war jetzt soweit das Nächste, was ich dann heute früh angegangen habe. Und dann bin ich übergegangen und habe Freehold geboostet. Und zwar kann man, habe ich ja davor mit meinem 110er DH schon Freehold geboostet. Heißt, das ist ein Level-Boost, dass man Leute durch Freihafen durchzieht, Mars-Puls macht, viele Mobs tötet und die steigen relativ schnell im Level auf. Da kann man in zwei Stunden von, ja, von 110 auf 120 kommen. Also die schnellste Methode, wie man leveln kann, muss halt dafür Gold zahlen, dass man, dass einer halt einen Boost und ich mache das halt für 20k pro Level. Heißt, wenn ich da einen von 110 auf 120 Level sind, das 200k dauert. Das dauert halt auch ein bisschen und ist auch ein bisschen anstrengend. Man braucht da, braucht da halt damals relativ gutes Gear. Also dieses ganze Gear für so einen Boost-DH oder auch andere Klassen, wo das teilweise ging. Und das hat Blizzard ja leider dann gefixt, indem sie es so gemacht haben, dass Chars den Level-Stop drin haben. Und das war ja bei diesen Boost-Chars, sonst wären sie ja selber weiter hochgelevelt, der Fall, dass dann Debuff den anderen Spielern gegeben wurden, dass sie 99% weniger Erfahrung bekommen haben. Deswegen, wenn du jemanden Level-Boosten willst, aber der mit dir in der Gruppe ist und 99% weniger Erfahrung gibt, dann ist der Level-Boost dahin. Also es hat sich nicht mehr gelohnt. Mittlerweile ist es aber so, dass man so gutes Gear hat, dass man das auch mit einem 120er Charm machen kann und dementsprechend da ähnlich schnell durchkommt. Und da die ja keinen Level-Stop drin haben, gibt es diesen Debuff nicht und dementsprechend kann man das wieder machen. Habe ich heute ein Weilchen gemacht. Am Vormittag hat man da immer relativ wenig Konkurrenz und am frühen Nachmittag auch. Und da habe ich jetzt 4-5 Leute Levels geboostet quasi. Und ja, ich habe einmal 300.000 Gold ja dem einen Typen für den Raptor heute noch zurückgezahlt. Also die müsst ihr jetzt wegrechnen und jetzt habe ich nochmal 272k. Also das waren 572k habe ich heute alleine durch Freehold Boost und ich habe auch einen Insel-Cap geboostet für 25k. Das ist auch noch dabei. Also das waren jetzt schon mal heute verdient 572.000 Gold durch Boosting-Aktivitäten. Und jetzt kommen wir nach dem ganzen Geschwafel zu meinem Postkasten. Und zwar ist das das Zeug, was ich heute und seit gestern Abend um, wann habe ich denn angefangen? 23 Uhr? Ne, 22. Also ich habe vorher schon verkauft, aber ich glaube um 23 Uhr habe ich das Zeug reingestellt tatsächlich. Ich habe es aber ein paar Mal auch schon repostet, muss ich dazu sagen. Heißt auf Antonidas, ist ein sehr großer Server. Da muss man immer wieder die Sachen rausnehmen und wieder reinsetzen. Jetzt guckt mal einfach rein, was da so drin ist. Hier unten seht ihr, das ist jetzt die erste Seite, 50 Maze, anders wird noch nicht angezeigt. Das sind jetzt 231.000 Gold, was doch eine relativ große Menge ist. Ich werde jetzt ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, das erste was wir haben, sind C-Lenten, das ist aus dem Freehold Boost. Dann hier diese Stangenwaffe, das ist eine Stangenwaffe, die ich wahrscheinlich für etwa 500 Gold oder 600 Gold hergestellt habe und jetzt für 7.000 Gold verkauft habe. Das ist eins von diesen Items. Das habe ich auch aus Freehold, 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 da fällen halt viele Stoffe ab. Dann die Knochen sind aus den gedissten Sachen aus Freehold. Ihr seht, hier sind noch mehr so Zeug. Das ist auch so ein Case, was ich quasi aus Freehold habe. Dieses ganze Loadzeug ist daher. Dann hier diese Kettenrüstung. 9.000 Gold, das Zeug habe ich für alles für unter 1.000 Gold hergestellt. Noch eins verkauft. Hier so ein Lederding, auch wieder für 10.000 Gold verkauft. Also die Matkosten sind halt lächerlich dafür. Das ist halt echt krass. Dann die beiden Sachen, so ehrlich muss ich sein, die hatte ich vorher schon. Das ist einmal Flappy. Das ist ein Event-Pad, das man seit zwei Wochen, da hatte ich ja auch ein Video gemacht, seit zwei Wochen aus diesen Events im Sturmsanktal bekommt. Und das habe ich jetzt schlussendlich mal eins für 95K verkauft. In den ersten paar Tagen habe ich eins auch für 200.000 verkauft. Das verfälscht jetzt das Ganze, weil ich das vorher schon hatte. Aber klar verkaufe ich solche Sachen auch. Und den Spross von Krakwa, das ist auch ein Pad, das ich auch heute zufällig verkauft habe, weil ich heute x-mal Sachen repostet habe, um Gold zu machen. Also es hilft echt was zu reposten, muss ich sagen. Jedes Mal nach dem Repost habe ich x Dinger Instant verkauft. Das Spross von Krakwa, der ist vom Council aus BOD Mythic. Den hatte ich vorher auch schon. Wir fahren ja immer das Chainer Mythic Mount und da ist der mir gedroppt. Also die beiden Dinger habe ich heute zufällig noch mitverkauft. Das ist alles Freehold-Geschichte. Das ist wieder so eine Handgelenke, die habe ich nur für 600 verkauft. Ich habe aber geguckt, die Mattkosten sind tatsächlich nur 300 Gold. Auch selbst da habe ich Plus gemacht. Dann das hier oben sind die Festmähler, die ich ja schon angesprochen habe. Die habe ich alle verkauft für 3.200. Wie gesagt, die Mattkosten, die ich habe, sind 800, 900 Gold vielleicht, plus diese Box, die als Sehen gebunden ist. Also da habe ich auch Plus gemacht. Jetzt nehmen wir das ganze Zeug mal raus, was wir da drin haben. Achso, warte mal. Habe ich das da unten auch gezeigt? Schau mal, das sind noch mehr. Das sind Platten-Ding, Ketten-Ding. Also das sind auch noch mal alles, das sind noch alles solche Sachen, die ich hergestellt habe über Lederer oder Schmied. Hier das auch noch mal. Das ist halt hier das Erz und so. Das waren die Sachen, dass ich mit dem einen Kräuter- und Erzstahl gefarmt habe. Aber das, wie gesagt, das konntest du vergessen. Ja, ihr seht, das sind ja auch die Minimalpreise. Aber das ist schon mal einiges, auf jeden Fall jetzt wieder an Gold. Ich bin auch am gucken, ob ich heute vielleicht auf eine Million Gold an einem Tag erwirtschaftet komme. Mal schauen. Ihr müsst immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich habe ja dem einen schon die 300k quasi zurückgehandelt. So, okay. Soweit jetzt die erste Seite. Jetzt müssen wir mal kurz abwarten, dass die zweite Seite kommt. Nee, Snowwolf, da habe ich ehrlich gesagt noch nichts gelesen. Das wäre ja mittlerweile schon höher hochgekortet, aber das habe tatsächlich geändert, ja. So, jetzt holen wir noch die zweite Seite raus. Mal gucken, was ich da noch habe. Ich denke, da müssten noch ein, zwei von den Dings-Items drin sein, ne. Eins, zwei von den Schmiede-Items. Vor allem Waffen habe ich relativ gut verkauft. Okay, was haben wir denn hier drin? Ach, schau mal, das sind wieder diese Tische, also die ich über Dings hergestellt habe, über Kochen. Und das hier sind lauter so Klein-Mads. Hier, schau, ein paar Wippernfische habe ich auch noch verkauft vom Angeln. Und hier habe ich noch ein paar Schuppen zurück ins AHA geschmissen, wo ich, ja, zu viel mehr ursprünglich von diesen 30.000 Gold, die ich mir durch das, ja, durch das Gelee geholt habe, hier wieder ins AHA reingehauen. So, jetzt sind wir bei 532.000 und, ja, das ist doch einiges. Jetzt machen wir eins, was ich euch auch zeigen will. Zum Beispiel kann man hier, was ganz praktisch ist bei TSM, warte mal, jetzt gehen wir einmal hier hin, kann ich hier ein Abbruchscan starten und, ähm, dann scannt er mir quasi meine ganzen Auktionen durch und schaut, bei welcher Auktion ich unterboten würde und, ähm, dann kann ich die automatisch rausnehmen. Und das ist eine ganz praktische Sache, weil ich dann die Items alle instan wieder reinstellen kann und der günstigste Anbieter bin. Bräuchte man theoretisch nicht unbedingt einen Add-on für, man kann jedes Item einzeln checken, dauert aber halt relativ lange, ja. Deswegen bin ich da auf jeden Fall ein Fan für, äh, Fanfordern. Jetzt können wir mal gucken, ich habe jetzt quasi durch Auktionshauswahn ähm, 260.000 Gold gemacht. Muss immer natürlich sagen, Flappy und, ähm, und Crack war, das waren zwei teure Pets, die waren fast, also zusammen, nicht ganz, 140 vielleicht zusammen, K, also das, äh, ist quasi außer der Norm, aber dann sind es trotzdem noch über 100 K, die ich jetzt an einem Tag über solche Waren, äh, gemacht habe, bei einem, im Einsatz von 30 K und ich habe ja noch, wie ihr seht, sehr, sehr viel im Auktionshaus drin an, an so Items, ne. Also da geht schon was. Ähm, ja, Flappy kann man noch bekommen, aber, ähm, ist zwar jetzt noch 100.000 Gold wert, ich würde euch aber nicht empfehlen, ähm, oder farmt das Ding, wenn ihr Lack habt, ist es gut, aber es kann halt sein, dass ihr da 5, 6 Stunden farmt und nichts kriegt, ne. Das Ding ist echt scheiße selten, ja. Das hat schon einen Grund, warum das so viel kostet, ja. Das ist, ich habe den ganzen Tag mal gefarmt und habe dann eins gekriegt, also wirklich x, bestimmt 8 Stunden oder so habe ich das Ding gefarmt und zwar müsst ihr da alle, ähm, alle paar Minuten, also jedes Event müsst ihr umloggen, weil ihr für jeden Schar eine Stunde Lockout habt auf die Dinger, also ihr braucht dann auch viele Chars, wenn ihr das farmen wollt. Aber das habe ich ja in meinem Flappy Guide auch schon erklärt, äh, wenn euch das jetzt alles nichts sagt, ähm, schaut da am besten rein, das wird jetzt hier den Rahmen springen. Äh, genau, jetzt können wir halt hier hingehen und können diese ganzen Aktionen abbrechen, wie ihr seht. Könnt mal ein bisschen gucken. Also ihr seht, ich habe noch ewig viele von diesen Dingern drin. Wenn ich die alle verkaufe, dann mache ich richtig, richtig Gewinn. Was wir jetzt nicht abbrechen, sind solche Sachen, ne, die habe ich teilweise für mehr gepostet. Machen wir nächste, 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 also die Sachen werden wir nicht abbrechen, das brennen wir auch nicht ab, das können wir noch raushauen. Also ihr seht, ich wurde bei fast allen von diesen Items unterboten, da sind relativ viele in dem Business drin, da muss man halt eigentlich, äh, schon öfter mal gucken, die rausnehmen, wieder neu einstellen, das kostet zwar ein bisschen was, aber dann kriegt man die Sachen auch verkauft. Wenn ihr jetzt hergeht und einmal am Tag das Zeug reinschmeißt, fünf Minuten später überbietet euch jemand bei dem ganzen Zeugel und ihr kriegt nichts verkauft, ja, und dann macht ihr kein Gold. Deswegen, wenn man jetzt solche, ähm, quasi Hersteller-Items verkauft, dann muss man tatsächlich immer mal wieder im Auktionshaus vorbeigucken, äh, reposten, oder man hat halt einfach diesen Dino, oder muss man nicht zum Auktionshaus laufen, das ist natürlich dann auch eine praktische Sache. Und was ich jetzt noch vorhabe, ist, ähm, möchte ich das auch noch mit einem, äh, mit einem Schneider machen tatsächlich und dementsprechend dann auch noch die Schneidersachen reinpacken und, ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, in Juve müsst ihr doch Ringe herstellen können, oder? Vielleicht machen wir das auch noch mit Juve. Da müssen wir mal schauen, ob wir in die Kerbe dann auch noch reinschlagen. Schlussendlich, ähm, möchte ich alle Berufe nutzen, halt auch Flas und Potzen sowas herstellen. Natürlich muss es immer lukrativ sein, ne, und, ähm, muss da auch eine Gewinnspanne haben, wo ich sage, okay, das lohnt sich jetzt hier einzusteigen. Man muss sich nämlich auch Rezepte holen und die habe ich tatsächlich noch nicht, ne. Also ich habe jetzt hier auf Antonidas zwar viele Chars, aber die haben eigentlich alle keine Berufe, großartig. Dementsprechend, ähm, muss ich da gucken, jetzt habe ich mit Schmied und, ähm, Lederer angefangen, weil das auf dem Manger habe ich natürlich die Berufe ausgemacht, ne, auf den Twings zum großen Teil halt nicht und da werden wir jetzt dann halt gucken, dass wir, dass wir da ein bisschen, bisschen noch einsteigen, genau. Und wo ich natürlich eh dranbleiben will, ist an den Freehold boosten, das hatte ich ja vorhin erwähnt, da kann man ja relativ viel Gold machen, wenn man das nötige Gier und so ein bisschen das Know-how hat, wie man die Instanz spielt, hat aber, wie gesagt, dann auch, äh, eine gewisse Konkurrenzlage, ne, das ist natürlich auch immer so die Sache. Ja, und jetzt stelle ich halt die ganzen Sachen wieder ein und hoffe, dass ich dann noch ein bisschen was verkauft kriege. Ihr seht, 532 Gold haben wir jetzt schon mal. Wenn ihr euch jetzt die 300k noch dazu denkt, die ich, ähm, ja, heute schon, äh, äh, zurückgezahlt habt, dass ich schuldenfrei bin, dann habe ich alleine heute schon, sind es 800k, oder? Über 800k, ja, 832.000 Gold wären das. Wäre es gar nicht mal so viel, was ich heute brauche, dass ich auf eine Million an einem Tag komme. Wäre natürlich eine schicke Angelegenheit. Ja, aber wir werden heute eher, ähm, mehr Gold noch ausgeben, als dass wir wahrscheinlich ein neues einnehmen, denn, wie gesagt, ich will jetzt noch mal ein bisschen was investieren. Kann natürlich auch mal sein, dass man, dass da Fail-Investitionen, ähm, gibt. Was ich auch noch ein bisschen geguckt habe, jetzt können wir das mal ein bisschen rüberziehen, ob es sich vielleicht noch lohnen würde, irgendwas anderes bei Kochkunst herzustellen, aber da sieht es ehrlich gesagt eher mager aus. Also da hat man hier, mh, irgendwie ein Tempo-Food, da machst du 15, 15 Gold, äh, Gewinn bei dem Tempo-Food, was jetzt nicht so krass ist. Also ihr seht, das ist alles irgendwie, mh, was haben wir denn hier, da haben wir 38 Gold Gewinn, ich glaube, das kauft keiner, das Zeugel. Mh, mh, vor allem ist es Küche von Verehrte Inseln, das wird eh keiner gekauft. Also die restlichen Kochsachen, die scheinen mir nicht so, nicht so gewinnigiebig zu sein, deswegen lasse ich da eher die Finger von, aber, ja, ich denke mal Flast, oh fuck, jetzt verkaufe ich gerade meine, äh, meine Sachen, die ich nicht verkaufen will, meine Raid-Muts, da muss man immer ein bisschen aufpassen, die könnte man theoretisch auch blacklisten, wenn man, wenn man sich da genauer auskennen würde, aber, ja, ja, da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen jetzt, äh, wieder in Tradescape Master einarbeiten, ich habe da halt früher relativ viel gemacht, und, ähm, ja, seit es das neue TSM gibt, habe ich, habe ich das nur am Rande benutzt, ja, deswegen muss ich da noch ein bisschen gucken, und jetzt zum Beispiel für so Sachen, die ich schnell einstellen will, benutze ich hier andere Addons, wie zum Beispiel den Auktionator, der ist dann auch noch mal ganz, äh, ganz praktisch für, und ihr seht, die Stoffe, die sind auch im Keller, dementsprechend, ähm, kannst du das ziemlich vergessen. So, jetzt wollte ich aber noch eins gucken, und zwar, ähm, wollte ich als nächstes loslegen mit einem Schneider, und da muss ich jetzt mal gucken, wo ich noch eine Schneider-Char habe, der eventuell, ähm, schon ein bisschen hoch geskillt ist. Also, ich habe hier noch ein zweiter Account, und zwar, ähm, meine ich, dass ich da schon mal irgendwo einen auf Schneider hochgebastelt habe. Jetzt bin ich mir halt bloß nicht hundertprozentig sicher. Also, der hat auch Schneider, aber der ist drehneu, ist der hängen geblieben, das bringt mir nichts. Ich meine, ich habe schon mal einen, äh, Schneider in Dings hochgebastelt. Jetzt muss ich hier mal gucken. Hier habe ich noch einen, der hat aber Kultiras auch null, der, ach, schau mal hier, der Francis Drake, der hat, ähm, Kultiras 150er-Ding. Okay, das wird doch schon mal ganz gut ausschauen. Dann locken wir mal parallel schon mal um hier, und, ähm, machen da mal ein bisschen weiter. Anscheinend habe ich mir den schon mal irgendwo hochgebastelt, vielleicht auch fürs Achievement. In dem können wir auch die Stoffe schicken, dann müssen wir die gar nicht verkaufen, dann können wir nämlich da gleich schon mal gucken. Und zwar, schauen wir mal, ob da die Gewinnmargen ähnlich sind, wie es jetzt hier, ähm, beim, äh, bei dem anderen beiden Craft-Berufen waren. Da müssen wir vielleicht noch mal gucken, vielleicht finden wir auch noch mal was bei Juve, aber, ähm, jetzt bleiben wir erst mal bei Schneider einmal noch. Jetzt gucke ich mal, dass wir das eben noch rüber schicken. Was brauchen wir denn? Wir brauchen einmal das, 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 das. Können wir uns nämlich schon mal ein bisschen was sparen, was wir uns kaufen. Und vor allem, ich brauche noch ein bisschen Gold, dass ich mich jetzt nicht vertue. Also ein kleiner Tipp, wenn ihr Gold zwischen Chars hin und her schickt, ähm, und ihr euch immer nicht sicher seid, wegen der Schreibweise, oder dass ihr euch nicht vertickt, äh, vertippt, schickt immer so ein Account-Ding rüber. Das könnt ihr nämlich, äh, immer nur auf Chars schicken, die quasi, äh, ja, auf einem Battle-Letter-Account sind. Break heißt der Char, der kriegt jetzt quasi von mir die Stoffe und, was sagen wir mal, wir geben denen jetzt 30.000 Gold zum investieren in verschiedene Schneider- Produkte. Dann haben wir hier trotzdem noch eine halbe Million, was doch schick aussieht. Und dann würde ich sagen, switchen wir mal rüber. Und ihr seht, das ist auch ein Char von mir, also der hat auch kein Gold mehr, aber der hat einen Haufen Pets rumflacken, ja. Und, äh, irgendwas hat er in der Post, mit dem versuche ich meine, habe ich was verkauft? Schauen wir mal. Ne, okay, das ist anscheinend eine Fake-Post. Ne, das ist wahrscheinlich das, was ich gerade rübergeschickt habe. Ja, clever. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Inventar ein bisschen freiräumen kann, dass wir nicht gleich hier Gefahr laufen. Echt, frägt er das auch? Okay, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ich schicke immer sicherheitsweise das Zeug mit. Okay, hier können wir da die Pets noch raufpacken. Ganze, ein paar Pets kriegen wir vielleicht draufgepackt. Das sind diese ganzen Inselpets, die sind absolut nichts wert. Seht ihr, wenn wir hier drüber fahren, 3 Gold ist das wert, 19 Gold, 12 Gold. Oh, schau mal, das ist 9000 Gold wert. Was habe ich denn da für ein Pad? Okay, das ist hier. Obwohl, aber wir packen jetzt mal alles hier auf die Bank rauf, weil ich will gleich nur das verkaufen und das andere schicken wir zu meinem anderen Verkaufsjar, dass ich mit dem tatsächlich nur das Schneiderzeug verkaufe, dass ich da so einfach den Einblick habe, okay, was habe ich jetzt mit dem Schneiderzeug so an Gold gemacht? Das ist dann immer ein bisschen einfacher. Das nehmen wir mal raus. So, Stoffe haben wir. 30.000 Gold haben wir auch. Dann schicken wir mal das zu meinem Schrottverkaufsjar hier. Diese ganzen äh, diese ganzen Mistpets, die kein Mensch haben will. Also, ne, Kumpel hat mir schon gesagt, ich soll die wegschmeißen. Seht ihr, das sind, die ganzen Pets sind im 10-Gold-Bereich oder drunter und die will einfach keiner. Das ist, die kriegst du halt en masse auf den Inseln. Und da ich für die Inselmounts sehr viele Inseln gefarmt habe, habe ich halt ziemlich viele von denen. Mega Manu, ich grüße dich. So, okay. Das können wir weghauen. Das haben wir als Sicherheit geschickt. Und jetzt gucken wir einfach mal rein, ähm, was wir stofftechnisch so machen können. Und zwar, ähm, haben wir hier den Beruf auf 150 tatsächlich hochgeskilled und haben wahrscheinlich jetzt hier bei dem Lehrer alles uns geholt. Jetzt gucken wir bloß mal. Halt, stopp. Äh, wo ist er denn? Der hier, oder? Ja, okay. Da haben wir alles. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns die, Anführungszeichen, neuen Sachen holen. Ich kann dir gerne ein paar von den Pets schenken, ja. Die sind, die sind tatsächlich absolut nichts wert, die Dinger. Ähm, jetzt gehen wir einmal mit dem nämlich nach, äh, Nassiatana kann ich euch dann auch gleich zeigen, wo ich mir diese Rezepte, diese, äh, quasi diese 370er, neue sind sie nicht, ne? Die sind jetzt schon eine Weile draußen. Aber wo es die dann gäbe, falls ihr auch Interesse dran habt, hier so ein bisschen was zu basteln. So, und zwar, ähm, hier haben wir jetzt VZ. Eigentlich müsste der auch Schneider können, oder nicht? Kann der keinen Schneider? Oder war das ein anderer? Also eigentlich müsste einer von denen, äh, alle, ähm, alle Berufe können. Jetzt gucke ich mal. Oh, warum hat der keinen Schneider? Ziehen wir uns das mal raus. Also eigentlich müsste einer von denen mir auch Schneiderei beibringen können. Das ist der hier, oder? Ah, okay, der bringt mir Schneiderei bei, und dann kann ich mir jetzt die ganzen, die neuen Sachen lernen quasi. Und jetzt gucken wir mal rein. Jetzt, äh, habe ich hier oben, ja, genau, die 370er Items, ne? Jetzt gucken, jetzt kosten die noch relativ viele Mats und auch Expulsum. Aber wie ihr seht, ich habe zum Glück ein bisschen Expulsum mit dem noch rumflacken. Jetzt ist es so, dass ich, ähm, eigentlich die höheren Ringe bräuchte. Jetzt gucken wir mal, wie es, wie es goldtechnisch aussieht. Okay, das zeigt er mir jetzt hier nicht an, weil er keinen Preis für Expulsum hat. Das ist aber nicht das Problem. Und zwar können wir hier, äh, wo müssen wir denn hier gehen? Genau, wir müssen hier auf Craft Reports gehen, dann Materialien. Und dann suchen wir hier einmal nach Expulsum. Und dann kann ich hier reingehen und hier einfach einen Goldwert eingeben. Jetzt hat er, jetzt habe ich gesagt, ein Expulsum ist mir 200 Gold wert. Ja? Ich habe jetzt einfach mal einen Wert genommen. Und jetzt quasi, äh, hat er gecheckt, okay, ein Expulsum ist, ist 200 Gold wert. Und jetzt sagt er mir quasi, ähm, was die Items mir hier an Gewinn abwerfen würden, wenn ich sie, äh, Crafte, also er nimmt quasi den Einkaufspreis, der Mats, und vergleicht die quasi mit dem Verkaufspreis. Und das sind die Gewinne, die ich machen würde, wenn ich es herstelle. Das ist jetzt tatsächlich nicht so hoch wie bei, bei den anderen. Also bei Schmied und Leder war es teilweise wesentlich höher, aber es scheint, dass Stoffe, ähm, so günstig sind, dass, dass vielleicht auch mehr Leute machen. Das kann sein. Ich kann diese, diese Gewinnspanne aber noch erhöhen, indem ich die Einkaufspreise, äh, oder die Matpreise der Items allgemein runterdrücke. Ihr seht, okay, diese Items sind tatsächlich nicht so teuer. Die kosten hier 1000, 2000 Gold nur. Und, ähm, die Leder- und Schmiedesachen, die kosten teilweise 5.000 bis 10.000 Gold. Aber selbst mit dem können wir Gewinn machen, wie ihr seht. Also wir haben nirgends Minus. Wir müssen jetzt aber gucken, dass wir uns solche Items, ähm, zusammenholen, und zwar Ehrenabzeichen. Dann können wir nämlich die höheren Ränge kaufen. Und mit den höheren Rängen, ähm, wird das Ganze dann günstiger. Ja, also das habe ich mit meinem anderen auch schon gemacht. Da habe ich, Moment, können wir mal kurz rüberschauen. Ähm, hier bei Lederer und Schmied habe ich das schon gemacht. Also seht ihr, da habe ich überall Rang 3. Und dann wird das halt günstiger und kostet das teilweise nur noch ein Expulsum und auch hier weniger Matzen. Also dann wird das, wird das wesentlich, äh, lukrativer, die ganze Geschichte. Und das funktioniert halt bei allen Berufen so. Genau. Und jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit dem hier noch irgendwo Ehrenabzeichen rumflacken habe. Das, die kann man nämlich verschicken. Die kriegt's, äh, gibt's nämlich durch alle möglichen PvP-Aktivitäten. So, halt, das schieben wir mal weg. Äh, Ehren, ah, seht ihr, ich habe noch 150 Ehrenabzeichen. Da siehst du mal, da geht was. Also, das ist, wäre theoretisch ein Haufen, was man, was man farmen müsste, weil 150 sind schon viel. Die gibt's halt, ja, wenn ihr BGs abschließt, gibt Plänkel Arena. Ähm, die gibt's auch für, oder damals hat's das gegeben, es müsste es immer noch geben, für diese Turmquests, teilweise gibt's das. Heißt, da müssen wir gucken, hier in Legion, gibt's immer diese Towerquests, diese PvP-Towerquests, und da gibt's die oft auch dazu. Schauen wir mal, hier ist eine, da gibt's das auch nicht. Ja, und da ist wahrscheinlich, es sind gerade zwei, aber da ist Invasion, deswegen sehen wir es nicht. Müsst ihr mal checken, die seht ihr auf der Karte dann auch. Die sind halt immer bei diesen Towerquests dabei und dann gibt's dann teilweise zwei, drei Stück und die könnt ihr mit mehreren Schaß abfarmen, bis ihr ja eh alter konntet. Da könnt ihr sie eigentlich am effizientesten farmen und sonst, ja, müsst ihr halt ein bisschen PvP spielen, dann gibt's diese Heile. Genau. So, wir haben jetzt aber, ähm, uns die zugeschickt, weil ich zum Glück noch einige Rumpflacken hatte, weil der Zähler doch einiges an PvP gespielt hat. Ich kann euch zeigen, schau, ich bin Ehrenstufe 530, also ich hab da schon einiges gemacht, ja, deswegen hab ich, äh, dennoch so viele Rumpflacken. So, und bevor wir jetzt die aber kaufen können, müssen wir tatsächlich hier unseren Beruf ein bisschen weiter hochbauen und dazu, ähm, brauchen wir jetzt erstmal ein paar Materialien. Wir brauchen erstmal den Faden, den können wir wieder beim Berufsverhändler kaufen oder wenn wir so ein Dings-Mount haben, dann ist der Berufsverhändler quasi drauf. Wir kaufen uns einfach mal hier 200. Jetzt gucken wir mal, was wir ausgeben müssen. Wie gesagt, wir haben, ähm, 30.000 Gold uns zugeschickt, wir kaufen uns einfach mal 600 Faden, ja. Das ist erstmal ein bisschen reichen, denke ich mal. Dann kaufen wir uns jetzt mal ein bisschen Stoff noch. Ähm, Faden haben wir jetzt 600. Hier, dieses Tuch brauchen wir. Kaufen wir davon noch ein bisschen. Ach, in der Dunkelküste, ja, bei der Dunkel, ja, stimmt, an der Dunkelküste hab ich auch einiges gemacht, aber ich hab auch viele so gespielt, tatsächlich. So, wir kaufen jetzt jetzt einige Stacks von dem, äh, See-Tuch. Was haben wir jetzt gekauft? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, Stacks haben wir jetzt davon gekauft. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen dieses, das andere, warte mal, brauchen wir das andere Zeug gar nicht? Hier, die, die Geschichte brauchen wir noch. Hier gibt's auch noch viele Sachen, aber die würde ich ehrlich gesagt nicht herstellen, ähm, weil es 340 agieren, das lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Schauen wir mal, was können wir hier noch machen? Kannst du auch hier irgendwas anderes, mal Flaggen kannst du bauen? Ja, das Zeug lohnt sich alles nicht. Okay, das würde ich tatsächlich nicht machen. Ja, hätten wir noch was. Was ist denn das hier wert? 9000 Gold. Boah, 30 Expulsum. Holy Moly. Das ist teuer. Das ist teuer. Ja, da muss ich überlegen, ob ich vielleicht so eins auch herstellen werde, aber ich brauche relativ viel, ähm, von dem Zeug. So, jetzt haben wir 20.000 Gold ausgegeben und jetzt, ähm, würde ich sagen, craften wir mal ein paar Sachen. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall sehr viel Stoff, also, ähm, das dürfte, dürfte für einige Sachen reichen. Ja, ihr seht hier, Stoff haben wir jetzt einiges und jetzt können wir quasi ein bisschen was zum Craften anfangen. Ähm, ja, schauen wir mal von jedem ein bisschen was her. Wir müssen jetzt halt erstmal gucken, dass wir die ersten Rezepte holen können, dann wird das Ganze günstiger von den Materialien und wir haben halt eine höhere Gewinnspanne. Ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt das Expulsum tatsächlich mit, ähm, mit 200 Gold relativ hoch angesetzt. So ein Expulsum kriegst du relativ easy zusammen, vor allem mit einem, ähm, Shuffle, den man machen kann, ähm, hier mit dem Schneider. Deswegen hat der auch relativ viel Expulsum. Ihr müsst denken, ähm, es sind immer noch 200, äh, also jetzt hier bei dem, ne, sind es 400 Gold noch mehr Gewinn, 600 Gold noch mehr Gewinn, weil das Expulsum quasi ich als Beiprodukt eh durch ein Shuffle bekommen kann, ja. Aber, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Oder ich kann es auch nachher nochmal zeigen, wie diese Expulsum Shuffle, äh, theoretisch funktioniert. Genau, jetzt können wir uns bei dem Typ, jetzt haben wir schon ein bisschen höheren, ähm, Rang, hier einmal die Rezepte uns besorgen. Und zwar würde ich sagen, kaufen wir uns klar alle, das müsste reichen. Schmiedekunst ist das, auch Schmiedekunst. Das sind nämlich relativ viele Sachen. Wobei, ne, beim Schneider dürfte es gar nicht so viel sein, weil man ja nicht zweierlei Sachen herstellen kann und auch keine Waffen bauen kann, ne. Also beim Schneider müssten es weniger Rezepte sein. Beim Lederer, ne, kannst du ja alle komplett schwere Rüstung und komplett, ähm, äh, schwere Rüstung und komplett Leder herstellen. Und beim Schmied war es halt zwar nur Platte, aber dafür halt noch alle möglichen Waffen. Und dann waren es halt viele Sachen, ne. Und das halt bei jedem drei Ränge. Bei Schneiderei scheint es mir jetzt halt nur diese paar Schneidersachen, also ein paar Stoffsachen zu geben. Okay, also hier fängt an Schneiderei an. Ähm, und fürs Niedrigste musst du einen Skill von 160 haben. Den habe ich noch nicht, aber den haben wir gleich zusammen. So, das kaufen wir uns. Das kaufen wir uns. Das ist noch Leder. Dann werden wir uns wahrscheinlich hier die ganze Seite kaufen können. Schneider, Schneider, Schneider. Also hier kaufen wir uns das jetzt mal alles ein. Und lernen das dann. also wie gesagt, wenn ihr hier diese Ehrenabzeichen nicht habt, ich meine die Turmquests, die geben die immer noch, ja. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, die gibt es da immer noch. Und sonst, ja, müsst ihr halt den sauren Apfel beißen und müsst ihr halt, äh, PvP irgendwas spielen. Okay, warte mal, jetzt kann ich mir schon ein bisschen was lernen hier. Bin ich nämlich schon, ähm, ich schon, äh, Jetzt kann ich die ersten Dinge hier alle lernen. Das machen wir jetzt mal. Und dann zieht man da schon ein bisschen mehr Gold raus, weil man halt weniger Mattkosten hat, ne. Deswegen solltet ihr jetzt nicht erst alle Sachen ewig, äh, oft herstellen. Ah, okay. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal günstiger. Braucht man halt immer ein bisschen weniger Stoffe, ne, als vorher. Das, äh, macht dann schon Sinn. Vor allem der Rücken, der dürfte sich ziemlich gut verkaufen, tatsächlich. Der Rücken braucht halt jeder. Deswegen stelle ich jetzt da schon mal ein paar mehr hin. Oder her. So, jetzt können wir die 165er Teile kaufen. Oder lernen, besser gesagt, gekauft haben wir sie ja schon. Jetzt haben wir, so, jetzt haben wir alles schon mal auf Rang 2. Da sind die Gewinnspannen schon mal wieder einen Ticken nach oben gegangen. Und jetzt müssen wir halt nur auf, ähm, das Ganze hochbasteln, auf 175er. Aber wir kriegen für jedes immer noch einen kompletten Skillpunkt. Also, ähm, die Sachen, die wir craften, bringen uns quasi auch den Beruf gleich hier auf Max. Man kann dann natürlich am Ende noch das Gear auch craften, aber das ist ja jetzt hier für den Schar sehr uninteressant. So, jetzt können wir noch was lernen. Oder ist das alles 170? Ne, 175 musst du da sein. Ne, da brauchen wir 170. Okay, weil das eine ist jetzt schon grün geworden. Ah, schau, da wird's rot. Gut, perfekt. Und beim Schmied sieht das natürlich ganz anders aus. Da sind die Margen viel höher. Äh, kann aber auch von Server zu Server dann unterschiedlich sein, ne. Es kann jetzt auch sein, dass bei euch auf dem Server vielleicht durch Schmied nicht so viel geht. Wenn man hier irgendwas Vorheriges nicht erlernt. Okay, da habe ich anscheinend irgendwas. Okay, da habe ich anscheinend irgendwelche Ränge nicht vorher gelernt. Das sind nämlich jetzt nur andere Sachen hier. Ist das hier, oder? Könnte natürlich auch sein, aber ne, das habe ich eigentlich auch. Was habe ich denn hier? Hose. Ich glaube, das habe ich mir doppelt gekauft, oder? Die habe ich doch, die Hose. Wo ist sie denn? Stiefelumhang. Ah, ich bin vollidiot, ne. Das waren noch zwei Items, die man, die ich vorher nicht lernen konnte. Ach, ja. Die müssen wir jetzt nachher ein bisschen öfter herstellen. Ja, hier. Da, schau mal, man kann noch hier ein paar andere Sachen herstellen. Ups. Ups. So ist das. Und jetzt kann ich nämlich die nachfolgenden Rezepte lernen. Das ist nämlich Rang 2 und das ist dann Rang 3 von der Hose. Also, ja gut, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. So, oh, schau mal an, die Hose. Die hat, die hat hier 6.000 Gold. Das haben anscheinend mehrere vergessen. So, oh, ich muss einen neuen Faden kaufen. Also, jetzt bin ich mit dem Beruf auf Max, ne. Heißt, auf 6, auf 175 sind wir jetzt. Jetzt holen wir uns erstmal noch ein bisschen Faden. Und ihr seht, ich habe noch ewig viel Zeug über. Also, richtig, richtig viel. Wir kaufen uns jetzt mal noch ein paar hundert Stacks Faden ein. So, hier. Das machen wir noch fertig. Das machen wir noch fertig. So. Bevor wir jetzt hier die ganzen... Warte mal, ich kann... Hosen kann ich jetzt mal ein paar herstellen, würde ich sagen. Da hatten wir jetzt... Ich könnte halt... Die Hosen haben alleine einen Gewinn von 6.000. Ich habe ja insgesamt eine 30.000 gehabt. Also, wenn ich das Zeug verkaufe, mache ich wieder richtig, richtig Kohle. So, was ich euch zeigen wollte, wo die Gewinnspannen hier liegen, ne. Beim Schmied und beim Lederer. Ihr seht, beim Schmied, ne. Also, das ist nur der Gewinn. Das ist das... Hier, das Schild ist bei 7.000. Habe ich auch schon ein paar verkauft. 5.000, 3.000, 4.000, 3.000. Gut, die Handgelenke tatsächlich bei relativ wenig. Die Items würde ich nicht herstellen. Da würde ich mich nicht blenden lassen. Das sind 3,40er. Die wird wahrscheinlich keiner... Man kann es auch reinstellen. Es gibt immer dumme Leute, ja. Aber würde ich nicht machen. Und das Gute ist hier, das sind die Waffen. Und der Schmied, seht ihr, die sind auch relativ gut. Und ich habe von dem auch schon was verkauft. So ein Schwert. Was einfach 11.000 Gold wert ist. Ihr seht, die Herstellkosten sind 900 Gold. Und das verkauft sich halt für 11.000, ne. Also man hat halt das Zehnfache an Gewinn. Das ist halt total, ähm, total irre. Genau. Soweit zu dem. So, halt, jetzt habe ich ewig viele Hosen hergestellt. Scheiße, schau mal, wie viele Hosen ich hergestellt habe. Also Hosen brauchen wir jetzt keine mehr. Fuck. Man kann es ja mit Tafoller Hosen. Ähm. Natürlich, du kannst theoretisch bentische Sachen kaufen. Ja. Waffen kannst du zum Beispiel keine Shipbenchers kaufen. Aber, äh, viele Leute kaufen das Zeug trotzdem. Tatsächlich. Ich habe ja vorhin auch gezeigt, dass, äh, bestimmt acht, neun Items verkauft wurden, ne. Und das hat alleine schon mal doppelt so viel reingebracht, wie, ähm, doppelt so viel reingebracht, wie ich ursprünglich ausgegeben habe. Mal gucken, was ich nach einer Woche, wenn ich es immer wieder reposte, was ich dann drin habe. Okay. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich kein Expulsum mehr habe, weil die Dingskosten relativ, ähm, gering sind. Und jetzt können wir auch ein bisschen gucken, wie das mit dem Expulsum-Shuffle funktioniert. Und zwar, ähm, könnt ihr relativ günstige Items herstellen. Ich kann euch auch zeigen, welche das sind. Ähm, das hier ist es. Die Handgelenke. Die Kosten nämlich. Die haben Kosten von fünf Faden, die man beim Händler kaufen kann. Und die Kosten zehn von dem kleinen Stoff, ne. Wenn wir jetzt mal gucken, die Herstellkosten liegen bei dem Item. Das Item hat eine Herstellkosten von 22 Gold, ja. Weil, weil der Stoff nichts kostet. Und das Zeug stellt man einfach die ganze Zeit her und haut das im Scrabber wieder klein. Das können wir jetzt auch gleich machen. Keine Angst, wir werden jetzt fürs Video, wird es jetzt dann gleich, äh, hier Schluss sein. Das ist jetzt eh schon wieder viel zu lang. Jetzt stellen wir noch kurz die Sachen ein, die ich schon hergestellt habe. Ihr seht, ich habe immer noch sehr, sehr viele Stoffe. Also ich kann noch einiges herstellen. Lust, dass wir so mal einen groben Überblick haben, äh, was wir jetzt an Goldwert hergestellt haben, falls es denn verkauft wird. Und ihr habt ja vorhin gesehen, äh, die Items gehen tatsächlich weg, obwohl es so Sachen wie Bentekeel gibt. Obwohl es so Sachen gibt, dass man durch, ähm, ja, durch World-Quest, wenn man hoch genug ist, Item-Level-Gear kriegt, ähm, Leute kaufen trotzdem so Items, ne? Vielleicht haben sie nicht, kein Main, wo sie das Bentekeelzeug rüberschicken, vielleicht wissen sie es nicht, ne? Ich frage mich auch, warum man eine, eine 370er Waffe kauft, wenn bei der ersten Quest in Nassia-Teil, die man sofort machen kann, wenn man 120 ist, eine 370er Waffe kriegt für die erste, zweite Quest, ne? Das machen trotzdem Leute. Ihr habt vorhin gesehen, es wurden drei, vier Waffen verkauft. Und das innerhalb von einem Tag, ja? Also, ähm, teilweise, teilweise darf man das nicht hinterfragen. So, jetzt hauen wir einfach mal ein paar Sachen ins Auktionshaus. So, jetzt gucken wir mal, die nächsten skippen wir jetzt mal, das sind meine anderen Sachen. Und jetzt gucken wir mal, was wir da für einen Wert reingehaut haben. Sehen wir das irgendwo? Eigentlich müssten wir das sehen. Meine Auktionen. Genau, ähm, ich habe jetzt hier auch noch ein paar, Dertscher hat auch noch ein bisschen Transmog drin. Das müssen wir abziehen. Aber wie ihr seht, ähm, die Auktionen, die ich jetzt eingestellt habe, haben einen Wert von 500.000 Gold, wenn sie denn verkauft werden würden. Gut, was das jetzt hier noch wert ist, das sind halt so Greens, die ich noch verkaufe. Die sind vielleicht, vielleicht ist das zusammen auch 100, 200k, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich schätze mal, äh, einen Wert von 300.000 haben wir alleine in diesen epischen Teilen. Und ich habe jetzt halt 30.000 Gold, äh, investiert in das Zeug. Und, ähm, habe ja noch 8k übrig, beziehungsweise habe noch einen Haufen Stoff auch übrig, wo ich noch mehr herstellen kann. Also ihr seht, da kann man auf jeden Fall einiges machen. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie das mit dem Expulsum-Shuffle funktioniert. Und dann sind wir auch für, für das erste Mal durch. Und ich verspreche, das nächste Mal wird das Video deutlich kürzer. Ähm, das war jetzt bloß sehr viel am Anfang, wo ich schon rumprobiert habe. Und in den nächsten Wochen hoffe ich, dass ich dann ein bisschen komprimierter auf verschiedene Sachen eingehen kann. Und zwar, ähm, fliegen wir gleich mal dahinter. Und wir gehen jetzt einfach her und bauen quasi, ähm, wo haben wir es denn? Diese Handgelenke, wie gesagt, also die Stoffe, die sind omas im Auktionshaus. Also, ich kann allein 45 herstellen aus den paar Sachen, die ich mir jetzt hier aus Freehold rübergeschickt habe. Und theoretisch macht ihr es jetzt so, ähm, ihr stellt diese Handgelenke her, ne, und tut die grünen Handgelenke, die kommen einfach in den Scrabber rein und manchmal procken ja welche auf blau. Und ihr habt ja gesehen, äh, so ein Handgelenke herzustellen, mich kostet, ein Handgelenk, äh, kostet mich 22,99 an, äh, Gold, auch wenn ich das Zeug komplett, äh, aus dem Haar kauf, dieses, ne, also fast nix pro Handgelenk, ja. Und jetzt kann ich quasi die alle herstellen und die blauen, wenn ich jetzt auch noch ein Disse habe, deswegen ist der halt zufällig hier auch vor Z der Char, ja, theoretisch müsste ich den noch auf 170 machen und die Quest machen, dann würde ich nämlich mehr, äh, rausbekommen, wenn ich jetzt Sachen disse, aber wenn ich jetzt hier diese blauen Handgelenke disse, ne, dann kriege ich halt einen Splitter raus und der Splitter ist halt schon, äh, ein gutes Stück mehr wert, ja. Und vor allem, dann wird es richtig interessant, äh, wenn du dieses, ähm, wenn du dieses Dings-Item hast, ähm, dieses, ähm, dieses Verzauber-Item, was du mit Skill 150 kriegst, dann kannst du nämlich auch noch Epic-Splitter da rausprocken lassen, ne, und, ähm, dann wird es halt richtig interessant, weil die Epic-Splitter tatsächlich noch mal ein gutes Stück mehr wert sind als die blauen und da geht es ganz, ganz gut, was es ist, da gibt es halt so einen Shuffle. Interessant ist halt, dass du dann die ganzen grünen, die kannst du dann hier reinpacken und, äh, da macht es dann halt die Masse, da kriegst du dann halt Expulsum, äh, kannst du da halt rausbekommen, ne, die, also das droppt jetzt nicht richtig krass, aber du kannst halt, ja, über die Masse dann doch relativ viel rausziehen und damit kannst du dann halt wieder die anderen Sachen bauen und das ist eigentlich immer so ein ganz guter Shuffle und dann kannst du theoretisch auch, ach, warum machst du das jetzt nicht durchgehend hier? Ach, weil ich das Beruffenster offen habe, ne, dann backt das immer. Ähm, theoretisch kannst du diese Handgelenke dann an deine anderen Charge schicken, zum Beispiel jetzt in meinem Fall an mein Main für, ähm, ja, für Schmiede-Items und für, ähm, Leder-Items, um dann wieder Expulsum nachzufarmen. Also hast du halt, äh, einen endlichen Vorrat an Expulsum, kannst du immer wieder nach Expulsum holen. Genau. Gut, okay, das war's jetzt soweit, was ich euch am ersten Tag zeigen wollte. Ich werde jetzt noch, äh, die Schneidersachen alle fertig bauen und zur Aha hauen und dann überlege ich mir noch, ob ich vielleicht auch Juve einsteige und die anderen Berufe oder vielleicht mache ich das auch erst die Tage und, ja, dann nach einer Woche, würde ich sagen, leeren wir meinen Briefkasten wieder aus, schauen, was ich so die Woche gemacht habe und, ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und mal gucken, was bis dahin so ein Gold reingekommen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.